Oh, 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 was geht ab ihr geilen Club Schwoes? Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Infinite Warfare Multiplayer. Wir spielen auf Scorch, hieß die Map glaube ich, ne? Scorch, ja. Und wir spielen Herrschaft. Ich habe gerade erstmal voll fett A außer Acht gelassen. Mal gucken, vielleicht können wir dafür ja B holen, das wird wohl nichts. Ähm, oder? Kriegen wir jetzt hin? Kriegen wir jetzt hin? Kriegen wir jetzt hin? Jawohl, Alter. Und ich habe die Karma, äh, 45 heißt sie, oder? Stand gerade da, konnte ich gerade nicht lesen. Auf jeden Fall den Vector Fisch mit, den habe ich mitgenommen. Gerade frei gespielt. Ich habe mal ein paar Runden gespielt, um ein bisschen reinzukommen, denn, ähm, ja, nach der ersten Runde, die hat nicht so gut war, wollte ich euch jetzt nicht mal in der direkt zweite Runde zeigen. Äh, ich nehme jetzt gerade am Sonntag auf, Sonntagabend. Und, ähm, bis jetzt, äh, hatte ich halt nur zwei Runden gespielt, äh, beziehungsweise nur eine Runde gespielt. Die eine, die ich aufgenommen hatte. Und, äh, da dachte ich, komm, du spielst jetzt einfach mal ein bisschen, kommst ein bisschen rein. So wie du es heute Mittag auch mit Modern Warfare gemacht hast. Und, äh, dann kannst du loslegen. Weil ich wollte... Alter, was war das denn bitte? Gut, dass ich mich eingespielt habe. Ja, natürlich. Also drei vor mir, die schön mit dem Rücken zu mir stehen. Die baller ich gerade alle ab. Und dann kommt noch einer von hinten. Und tötet mich dann. Dankeschön. Einfach ein Dankeschön. Ein richtig fettes Dankeschön. Danke, dass mir gerade der Kill von Warden geklaut wurde. Ihr wollt mich doch alle verarschen hier heute. Boah, ich spiel übrigens mit dem Söldner. Ähm, weil ich bei ihm halt mehr Munition einpacken kann. Und, so, der gehört mir. Äh, bei dem kann ich halt mehr Munition tragen. Das find ich gut. Denn wenn ich eine gute Runde hab, dann hab ich die Munition auch bitter nötig mit meiner Waffe. Ähm. Und die Fähigkeit, die find ich auch cool, den Stahldrachen. Dass der so mehrere Ziele anvisieren kann. Das kann einiges. So. Wollen wir uns jetzt mal ein bisschen konzentrieren hier. Kann ja nicht sein, dass ich euch jetzt wieder nur Scheißdreck präsentier. Bin zwar nicht der YouTuber, der jetzt hier die oberkrassen Gameplays raushauen will. Oder kann. Aber, ähm. Ja, was ganz schlecht ist, wo ich dann schon ein bisschen salzig bin. Da will ich euch dann auch nicht unbedingt zeigen. Ähm. Es sei denn, es könnte witzig sein von Inhalt her. Nein, nein, nein. Du Hurensohn. Alter, du Scheiß, du dämlich ab. Mann, ey. Ich könnte mich wieder aufregen gerade. Dann geht das Ding natürlich genau auf mich. Auf wen denn auch sonst? Oh, nice. Hat er mir vielleicht den Arsch gerettet sogar gerade. Oh, heiliger Bullshit, ey. So. Ausrüstung zerstört. Ich warte mal, bis da vielleicht einer reinkommt. Und dann kommen die da zu zweit. Und ich werde natürlich abgeballert. Alter, das war einfach mal wieder typisch. Warum sollte denn auch einer aus meinem Team abgeballert werden, wenn ich abgeballert werden kann? Hi. Ja, fress mal kurz. Okay. Halbzeit 100 zu 35, Alter. Jawohl. Der zweite aus unserem Team 22-2. Nicht schlecht. Ähm. Ich hatte gerade sogar eine Runde gespielt. Da habe ich mich halt eingespielt. Und, ähm. Ja, da war ich gut drin. Da war ich jetzt, wo ich aufnehme. Also da stand ich glaube, ich habe am Ende irgendwie mit einer 2,35er KD da. Ich hatte irgendwie über 20 Kills. Ich glaube, 28 Kills oder so hatte ich. Und dann dementsprechend irgendeine Anzahl an Kills, äh, an Toten. Oh. Pfff. Alter. Warum bin ich so dumm? Warum bin ich so dumm, Alter? Kann mich mal irgendjemand bitte von mir selbst entlösen? Ich halte das selbst nicht mehr aus. So, okay. So, jetzt konzentrieren wir uns aber wieder. Kann ja nicht angehen. So. Radar, da. Jawohl. Da war das Radar gut für. Drohne. Drohne in Bereitschaft. So. Sehe ich schon, ich werde sterben. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Der ist einfach direkt die ganze Zeit drauf, weißt du. Absolut kein Ding. So. Hallo. Do you have a moment to talk about Jesus Christ? Scheiße. Da kam er mit seiner Klor, ne? Shit. An die Map gefällt mir aber. Ich finde das drunter rum, das drunter rum, ja. Das drunter rum, ziemlich geil. Vom Aussehen her. Das kann was. Ich muss aber ehrlich gesagt gestehen, ich komme ein bisschen momentan durcheinander mit Titanfall und Infinite Warfare, weil das halt beides Zukunftsteile sind und, äh, ja. Dann Roboter gibt's ja auch so als Parallele dann auch, ähm. Ja, ich hoffe, dass ich da ein bisschen reinkommen werde. Jawohl. Oh. Ja, natürlich. Und dann kommt da noch einer und dahinter ist gerade sogar noch einer gespawnt. Hau mir doch gleich alles ins Gesicht. Gib mir doch gleich die Atombombe. Alter. Ja, wie sie alle killgeil sind, Alter. Und dann krieg ich den nicht. Scheiße. Aber den krieg ich. So. Kommt da mit einer Fläche. Ja. Kommt da natürlich noch einer und ich sterbe. Was denn auch sonst? Natürlich guckt er genau dann um die Ecke. Schon klar. Ja. Ja. Warum nicht? Ich... Moin. Joa. Naschloch. Nein, 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 nein. Schlecht geschossen. Schlecht geschossen. Richtig schlecht geschossen. Oh. Macht mich mit. Jawohl. Macht mich mit, Alter. Mein Deutsch schadet schon wieder. Mein Deutsch schadet schon wieder. Mein Deutsch ist schon wieder geschadet. Äh, geschädet. Na, hat Schaden. Hat Schäden. Scheiße, Alter. Was lache ich hier? Oh, Mann, ey. Mein Deutsch ist entsprechend der Runde... Tief. Scheiße. Weil... Ich stehe 12-12, ha? Äh. Einser KD. Da kann ich mehr. Und ja, natürlich. Links ist einer. Rechts ist einer. Oben ist einer. Unten ist einer. Und... Da ganz hinten ist auch noch einer. Das nennt mich gleich weg, weißt du? So, Granate. Warten. Okay. Der ist tot. Habe ich zwar nichts zu beigetragen, aber egal. So, erstmal voll fett auf den Teamkameraden geballert. Oh, ich will auch die HVR haben. Ich will sie auch haben. Aber die muss ich mir erstmal verdienen. Ach. Oder den ersten drei. Jawohl. So gehört sich das. Ja gut. Dann würde ich sagen... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich hier. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Like freuen. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Hm. Hm. Vielen Dank. Vielen Dank.